hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute geht es endlich endlich wieder weiter mit meiner stadt das dahinten sieht aus wie der bursch khalifa und ja ich habe ja zwischenzeitlich dieses format einmal pausiert und ja jetzt ist es zurück vorerst aber mal im single player ohne world edit leider ich hätte gerne world edit aber das müsste ich noch organisieren ich habe ein ganzes video dazu gemacht warum keine stadt folgen mehr kamen könnt ihr euch gerne angucken aber jetzt wollen wir erst mal hier ziemlich alles wieder herstellen denn anfang mache ich jetzt mit euch und dann werde ich oft käme mir die alten videos anschauen was ich da alles gemacht habe und das möglichst noch mal nachbauen und ich habe gelernt ich werde jetzt öfters backups machen und ja ich gehe mal davon aus dass ich in der nächsten folge dann auch mit world edit am start bin dass das ganze alles hier solche sachen wie zum beispiel dass ein bisschen schneller geht beim mit slash viel und so kommst du ja nicht sehr weit was ist hier drin können wir das weg machen gut und genau das meine ich den normalen von hier von hier von hier einmal hier mit drogen genau und 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 ich habe mich gerade gefragt hey wann komme ich denn nicht durch aber da war ja dann der baum im weg so ich habe es noch einigermaßen in erinnerung wie das war es ist die frage ja das ist ein genau licht signal es ist die frage habe ich ein shortcut mit dem dinge wir müssen das natürlich auch anständig absichern deswegen einmal hier einmal hier und einmal so einmal so einmal so einmal so verpackte schilder also da muss ich aufpassen weil irgendwie ist der download glaube ich nicht ganz korrekt so zack jetzt haben wir das auch und jetzt können wir nämlich hier weiter machen 1 2 abstand 1 2 platzieren 1 2 abstand 1 2 platzieren an alle ganz neuen abonnenten hallo erstmal und falls ihr nicht wisst was das ist guckt doch mal die playlist an die findet ihr irgendwo auf meinem kanal die heißt let's build meine stadt oder meine stadt let's build und da könnt ihr gerne mal reingucken dann wisst ihr auch was das ganze hier ist genau hier am zoo hatte ich auch was gebaut das können wir nächstes mal machen und dann muss ich gucken an der wohnsiedlung werde ich sicher auch noch weiter bauen es geht halt viel einfacher mit world edit wisst ihr was ich hole mir jetzt kurz world edit und dann sehen wir uns gleich wieder zack Leute vor der Feuerwehr es tut mir leid die Feuerwehrwache ist zwar schön und gut aber die ist einfach unnötig wisst ihr was ich meine die ist einfach unnötig bam so dann haben wir das ganze einmal weg ne command black dann machen wir gleich mal wieder tag und was ich jetzt auch mal machen und was ich jetzt auch mal mache zack zack denn ähm brauche ich nämlich die die items nicht anderweitig irgendwie zu löschen firetick ist ausgeschalten glaube ich hoffe ich es ist ausgeschalten da muss ich mir da keine Sorgen machen und jetzt geht das ganze auch schon viel besser wie gesagt terraforming und alles andere mach ich dann auf cam bitte laden und dann machen wir das selbe für hier noch die Lava ist auch gleich schon weg na ich glaube schon dass es richtig war ähm war es nicht in Mama genau solche Sachen kann man nämlich leider nicht machen ohne WorldEdit und deswegen bin ich froh dass ich die Möglichkeit habe WorldEdit zu benutzen weil das auch für das Video dann einfach schneller geht ne zack dann machen wir die hier einmal ganz kurz weg zack und bauen hier den Glowstone wieder hin einmal hier zack 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 lalala so spannend ne und dann hätten wir das die hier kann ich gleich zu machen funktioniert das Flugzeug denn überhaupt und wenn ja wo ist es ne das würde mich ja noch interessieren wahrscheinlich ist es am anderen Ende der Map also fliege ich jetzt da nicht hin nicht hin sondern ich werde jetzt erstmal hier mir nochmal die Axt schnappen und dann einmal bisschen Position 2 Z Z 0 dann können wir nämlich hier dasselbe auch machen und jetzt muss oh verdammt naja zum Glück zack ist es nur dieser kleine Abschnitt warum habe ich das nicht einfach so gleich tief gesetzt war ich zu faul neben der Höhle war oder so keine Ahnung zack und dann eine Fakulie und dann baue ich das naja ok das wäre jetzt nicht nötig gewesen weil ich jetzt ach komm ne wenn ich wenn ich ja schon world edit habe dann können wir das einfach so machen slash slash stack ja machen wir mal 5 und dann sind wir auch schon da und dann war es das von dieser Folge meine Stadt wenn es euch gefallen hat lasst ein Like und ein Abo da wenn ihr das getan habt und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder tschau tschau